Ok, da kann man also nach unten durchgehen Ok Muss man da nicht? Lass mal wissen Die beiden habe ich schon gemacht Wie ist der Teil der Folge? Das ist ein Teil der Folge Ich habe das Gefühl, dass ich das auch nicht Ja, das bin ich Was ist das? Ich habe das Gefühl, dass das Also wir sind also Schwer Warte! Das ist echt gut. Das ist jetzt hier nicht mal gut. Das ist jetzt hier nicht so gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich... Der King da. Der King im Ring. Ich fahr wieder ankommen. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Der King im Ring. 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 Sieht irgendwas? Anscheinendlich. Ich bin dann 19 mal gestorben. Ach du... Ja, anscheinend ist es schon zu Ende. Beziehungsweise habe ich halt hier den... ...eine Abwundung von dem... ...Auch anscheinend zu Ende. Schnell nochmal machen. Geht dabei drauf. Das G... Gold oder 100 Gramm oder was? Ganz mit dem G. Ich bin jetzt verarschen, jetzt die ganze Zeit... ...wirfst nicht hin, jetzt wirst du genau dahin denken. Guck mal was passiert, wenn ich was andere mache als... ...wenn ich ihn... ...anscheinlich umdrehe... ...was dann passiert. Alternative Ende sowohl. ...und ich bitte nicht... ...und ich... ...so... ...weisen zu. Okay, das war anscheinend die bessere. Das war anscheinend die bessere, oder? Hm, okay, dann sind wir beide Händen durch. Ich danke fürs Zuschauen. Was ist das Schöne, dass man in der Bibliothek gibt, was man spielen könnte? Ich hab heute noch einen Haufen Spiele. Für alle, die solche Spiele lieben, äh, Schein ist auch noch so ähnlich, beziehungsweise heißt, durch verschiedene Dimensionen ist auch ein Jump One-Rätsel-Spiel. Ist auch nicht schlecht, oder Limbo? Die meisten werden Limbo kennen, wahrscheinlich. Falls ihr die beiden nicht kennt, könnt ihr gerne mal auf meinen YouTube-Kanal gucken. Hehehe, kein Problem, ist die gay. Hättest du mir den Ruster lassen können, aber. Kein Problem. Irgendwie kriegen wir schon backen. So, 120 Mal bin ich gestorben, 23 von 26 hab ich gekriegt. Ist nicht grad so prall. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.